Auf den Interpretin von Pommes mit Zinf. Okay, sein Nachname klingt so wie sie mit einer Tasse Kaffee. Und ich würde sagen, auf die Bühne von nicht mehr selbst mit Robert Haag. Hallo, viel fertig. Vielleicht gern mal was gerne alle probieren. Für euch, zehnmal gemeinsam. Ich will Pommes mit Zinf. Ich will Pommes mit Mario. Macht ihr den Schöpfer? Okay, dann bring mal los. Ich will Pommes mit Zinf. Ich will Pommes mit Mario. Und nur mein Mann muss die Pommes haben. Ich will Pommes mit Zinf. Ich will Pommes mit Mario. Und nur mein Mann muss die Pommes haben. Das schreckt mir immer auch so.